hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play final fantasy 15 ja in der letzten folge sind wir hier in diesen früheren bergwerksschacht hinein abgestiegen mit dem jahr sehbehinderten ignis und daher kommen wir nur langsam und schleppend voran von der königskraft bergen um eine weitere königswaffe zu finden um gegen das imperium besser gewappnet zu sein und ich hoffe echt dass es noch eine möglichkeit geben wird ignis augenlicht zu heilen weil er so ohne ignis wieder am arsch ich meine wir können jetzt die armbrust weder die armbrust effektiv nutzen noch ja kann ignis für uns kochen noch kann ich das für uns zu autofahren das ist die wichtigste person hier im team aber wer hat sich dann dort ausgedacht gegen die habe ich jetzt nicht noch mal lust zu kämpfen das kam unerwartet weil wir wieder oben gleich noch mal gegen die füchern kämpfen müssen Misfier 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 und nicht selber schwer nein ich möchte nur hier schnell hochkommen bevor ich mich auf die idee kommt mit zu folgen was es ihm nicht leicht machen würde wenn er hier auch geht nein nein stopp 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 wir gehen nicht da hoch was hat man da für eine kröte schade die drachen lanze die die eislanz haben wir gar nicht schade wir hätten die damals wirklich kaufen sollen bei dem händler schade habe ich keine 100 fp gekriegt ich habe 100 ep gekriegt die vier verbrocken ich habe das gefühl hier die anzeige ist das souvenir können wir absolvieren hä wo wollen die denn hin hier ist gar nichts da wollen wir lieber nicht da fallen gut leute dann gehen wir jetzt abwärts ja 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 Wir müssen uns mit dem, was wir machen. Die Lichter werden dann endlich geblieben. Ich weiß nicht, dass wir das. Was ist das? Zwei auf einmal gekippt Dann werfen wir die Maschinen an Die Maschinen an Die Maschinen an Die Maschinen an Gibt es jetzt irgendwo noch einen Weg wo wir nicht waren Es gibt glaube ich noch einen Weg Wenn wir hier lang gehen Wenn wir hier lang können Was wir hier gar nicht können Ach komm Gladius machte hier nicht ins Hebt Oder Ach doch da waren wir auch schon Wie kann das so Laut sagen Ich meine der steht noch hundert Meter von uns wecken Wir haben das so laut Und dann nehmen wir die Maschinen an Schnellen an oder auf geld durch radios wort erhält noch dass die zustandsveränderung selbstbesinnung seiner vitalität ist temporär um 50% erhöht ich glaube das war richtig was wir gesagt haben im dekai do靴棒書はまだ先か待ってるか簡単忍者ねえ jeneiss ここなんかによぅ iguese 滑らないようにね Das sind gleich viele, ich kann Hilfe gebrauchen. Oh, das war sehr gut. wir müssen müssen da da was machen aber allerdings ich mich gerne in allen ecken und enden umschauen ob wir nicht vielleicht noch irgendwas was du dich meine geschwindigkeit ich schaue mich ja eh nur um hier ist nichts ich glaube wir nichts mehr finden gehen wir doch nicht auf schwein gladio was das denn das grab des kriegers das ist ein sogenannter mobile der wahrscheinlich verhassteste gegner final fantasy ja warum werden wir bestimmt gleich erfahren okay wir haben die waffe das war easy warum der war eigentlich schon tot verstehe ich nicht der mobile ist in der rage halte aus aus den appen der mobile ist in der rage halte aus aus den appen stand um nicht von seinem schlechten abend beeinträchtigt zu werden ein bisschen proktore malen ist wahrscheinlich alle seine beine abschlagen kann es sein das ist ja ein normaler mobile ok ich glaube ich habe noch mal einen dämmerbrecher drauf wenn es Das war's für heute. ok es hat sie hat sich das kommando kombinationsgabe angeeignet ja das gott ja also ganz ehrlich das hätten wir ohne igne es geschafft Das liegt aber nur daran, dass ich so, ich hab nur den Stufenstabber drin Kombinationsgabe Da ist wahrscheinlich jetzt erstmal alles, was er machen kann, oder? Guter Plan Das ist ne gute Frage Das Grab des Kriegers Oh, das ist ein Katana Sieht hier auf jeden Fall so aus Jetzt haben wir schon einiges an Königswaffen zusammen Katana des Kriegers Oh, wie ist das? Oh, das ist das Oh, das ist das Oh, das ist das Oh Ah, ah. Das ist ein Geist. Ich weiß nicht! Ich sage nicht, dass ich mich nicht verletzen. Wenn ich mich nicht verletzen, dann werde ich mich verletzen. Das ist das Problem. Der König ist? Nocton, der König ist, dass ich nicht aufhören. Ich werde nicht aufhören, dass ich mich nicht aufhören. Ich weiß nicht, Gladio. Ich habe noch einen Zeit, Nokto zu denken. Ich weiß nicht, aber es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Direkt zum Bahnsteig zurückkehren, das können wir eigentlich machen, da wir eigentlich hier unten schon alles abgesucht haben. Gute Ansprache von Ignis. Das wird die Gesamtsituation bestimmt etwas beruhigt haben wieder mal. Bahnhof, Katan, 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 Katainka? Ich kann es nicht aussprechen, wie soll denn das hiermit aussprechen, Leute? Ein Bahnhof, der in der imperialen Region Zucarpe, Evi... Ach, keine Ahnung. Oh, nein. Ich glaube, ich würde auch sagen, dass ich den Zenebrai gehe. Ja, das ist nicht gut. Wenn du dich interessieren möchtest, dann mach ich das. What the fuck? Ja, nach Tenebrai reisen, das wäre eine gute Idee, allerdings würde ich sagen, machen wir das dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.